Der Zinseszinseffekt ist das achte Weltwunder. Wer ihn versteht, verdient daran. Alle anderen bezahlen ihn. Albert Einstein soll das gesagt haben. Hat er zwar nicht, in diesem Zitat steckt dennoch sehr viel Wahrheit drin. Der Zinseszinn sorgt dafür, dass dein Vermögen exponentiell wächst. Du holst viel mehr aus deinem Geld raus, als wenn du es linear unter deinem Kopfkissen verstecken würdest. Heute sprechen wir darüber, wie du noch mehr Rendite herausholen kannst. Ich zeige dir, wie du den Zinseszinseffekt beschleunigen kannst. Und das völlig seriös, ohne irgendwelche wilde Zockerei. Was genau sind Zinseszinsen überhaupt? Sagen wir, du sparst jeden Monat 100 Euro. Du versteckst das Geld unter dem Kopfkissen. Deshalb wächst dein Vermögen jeden Monat linear um 100 Euro an. Nach 30 Jahren hättest du so 36.000 Euro. Das ist gut. Deutlich besser, als wenn du deine Kohle für Alkohol oder Spielautomaten rausschmeißen würdest. Es geht aber besser. Ich aktiviere nun die Zauberformel Zinsen. Ich gehe von 5% im Jahr aus. Das ist locker machbar. Und schwupps, schon steigt die Kurve deutlich schneller. Ja geradezu exponentiell an. Dein Vermögen nach 30 Jahren liegt nun bei 81.885 Euro. Zum Vergleich, Kopfkissen sparen hätte dir 36.000 Euro gebracht. Diese Mehrrendite hast du einzig und allein dem Zinseszinseffekt zu verdanken. Okay, wo gibt es diese 5% im Jahr? Der Online Broker 324 hat hier das beste Angebot. Wenn du dein Geld für 12 Monate parkst, gibt es 5% Zinsen. Das ist sehr stark. In Dollar sind es sogar rund 7,3%. Ich selbst habe hier bereits 2.000 Euro eingelegt und möchte noch viel mehr parken, solange die Zinsen zu hoch sind. Die EZB hatte die Zinswende vollzogen und ich halte fallende Zinsen für sehr wahrscheinlich. Ich habe dir Frieden24 unten im ersten Kommentar verlinkt. Sichere dir die hohen Zinsen, solange es sie noch gibt. Super, du weißt jetzt wie mächtig der Zinseszinseffekt ist. Wie kannst du nun deine Rendite steigern? Hierzu habe ich dir 3 Tipps vorbereitet. Mein erster Tipp lautet, schnell anfangen. Je länger dein Geld für dich arbeitet, desto länger können die Zinseszinsen für dich arbeiten. Jedes zusätzliche Jahr ist extrem wichtig. Ich zeige dir nun, warum das so krass wichtig ist. Hier siehst du die beiden Kurven von vorher. In grau deine Einzahlungen, in blau dein Gesamtvermögen inklusive der Zinsen. Die ersten 10 Jahre passiert nicht viel, die beiden Kurven kleben eng aneinander. Erst nach 25 Jahren herum ballert der Zinsenseffekt so richtig rein. Die beiden Kurven entfernen sich in Lichtgeschwindigkeit voneinander. Das Wundermittel lautet Zinseszinsen. Ich aktiviere einmal die Zinsen im Schaubild. So siehst du das noch deutlicher. In den ersten 10 Jahren befindet sich die Kurve am Boden. Doch dann nehmen die Zinsen an Fahrt auf. Nach 26 Jahren übersteigen die Zinsen deine Einzahlungen. Du musst dich durch die ersten 10 Jahre durchquälen. Du wirst dich fragen, ob sich Aktien, ETF und Festgeld wirklich lohnen. Du wirst Vermögensaufbau und Frage stellen. Das liegt daran, weil die Erträge noch relativ gering sind. Je früher du anfängst, desto schneller ist diese Selbstgeisselung vorbei. Nach 25 und 30 Jahren explodiert die Rendite geradezu. Ich übertreibe es einmal. Ich stelle als Laufzeit 50 Jahre ein. Schau einmal, wie krass die Zinsen nach 40 und 50 Jahren abgehen. Die monatliche Einzahlung von 100 Euro wird immer unwichtiger, weil die Zinseszinsen so krass hohe Träger generieren. Theoretisch kannst du noch 30 Jahre die Einzahlungen komplett einstellen, weil sie nur noch einen winzigen kleinen Teil zum Vermögen beitragen. Das geht aber nur, wenn du frühzeitig anfängst. Wenn du bereits 60 Jahre alt bist, hast du sehr wahrscheinlich keine 50 Jahre mehr zum Investieren, auch wenn ich es dir von Herzen wünsche. Bist du aber erst 20, 30 oder 35 Jahre alt, kannst du locker 40 und vielleicht sogar 50 Jahre investieren. Warte also nicht ab und fang am besten heute mit dem Investieren an. 100 Euro im Monat dürfte wirklich jeder zusammenkratzen können. Kommen wir zu meinem zweiten Tipp zur Renditesteigerung. Investiere mehr Geld. Wir haben hier gerade gelernt, dass die ersten 10 Jahre eine Phase der Quälerei sind. Es passiert nicht viel. Du kannst diese Phase abkürzen, indem du mehr einzahlst. Versuche zu sparen, wo es nur geht. Das Geld wandert natürlich nicht in dein Gucci-Pulli, sondern in deine Investments. Kleinere Mehrbeträge können viel ändern. Hier siehst du den mathematischen Beweis. Die finanzielle Quälphase liegt dabei 10 Jahren herum. Wir sind von 100 Euro Sparrate im Monat ausgegangen. Dann hättest du bei 5% jährlicher Rendite ein Vermögen von 15.502 Euro. Was passiert, wenn du mehr anlegst? Bei 200 Euro im Monat verkürzt du die 10 Jahre auf 6 Jahre, um auf das gleiche Vermögen zu kommen. Bei 300 Euro sind es 4 Jahre und bei 500 Euro wären es nur noch 3 Jahre. 3, 4 oder 6 Jahre klingen doch viel besser. Und dann ballert der Zinsenseffekt umso schneller rein. Dafür lohnt es sich ein paar Jährchen, den Gürtel enger zu schnallen. Aber wie kommst du an mehr Geld? Streiche unnötige Ausgaben wie irgendwelche Abos. Koche öfters mal daheim, anstatt die ganze Zeit essen zu gehen. Und wenn du abends anstelle von 3 Bier nur 2 trinkst, dank dir nicht nur deine Gesundheit, sondern auch der Geldbeutel. Es gibt nichts zu streichen oder du hast mal gar keinen Bock drauf? Dann musst du deine Einnahmen erhöhen. Frag deinen Chef nach einer Gehaltserhöhung oder schau dich nach einem neuen Job um. Du lebst nur einmal. Verschwende deine Lebenszeit nicht an einer Firma, nur weil es dort bequem ist oder du zu faul bist, nach etwas Besserem zu suchen. Du arbeitest nur Teilzeit oder hast viel Freizeit übrig? Dann hol dir einen kleineren Minijob oder starte ein Online-Business. Du möchtest wissen, wie du dir ein passives Einkommen aufbauen kannst? Dann schau dir das Video hier oben an. Die Tipps dort kann wirklich jeder nachmachen. Mein dritter Tipp, um deinen Zinseszinn zu pushen, bezieht sich auf die Rendite selbst. Bisher habe ich ja mit 5% im Jahr auf Festgeld kalkuliert. Das ist sehr defensiv, aber gut für Anfänger, die gerade erst mit Finanzen durchstarten. Wenn du das Maximum aus deinem Geld rausholen willst, musst du aber mehr Risiko eingehen. Mehr Rendite erkaufst du dir immer mit mehr Risiko. Aber keine Sorge, es gibt eine seriöse Option, wo das höhere Risiko sogar wissenschaftlich vertretbar ist. Und das sind ETFs. In Deutschland ist vor allem der MSCI World sehr beliebt. Du findest gefühlt tausende Videos und zahlreiche wissenschaftliche Statistiken zu diesem Index. Der MSCI World wurde 1987 aufgelegt. Seitdem hat er eine durchständliche Rendite von 8% erzielt. Der World enthält über 1400 Aktien aus 23 Industrieländern. Damit bist du weltweit gestreut und kannst nachts entspannt ruhig schlafen. Ich finde diesen iShares Core MSCI World ETF hier am besten. Du möchtest mehr Rendite? Nullo problemo. Der S&P 500 kam 1957 auf den Markt und hat seitdem 10% im Jahr abgeliefert. Das ist der US-amerikanische Vorzeigeindex. Der S&P 500 trägt die Entwicklung der 500 größten US-Aktien. Ja, du hast hier ein Länderrisiko mit den USA. Aber seien wir mal ehrlich. Unsere Welt wird von den USA dominiert. Nutzt du ein deutsches Smartphone oder doch ein Apple-Produkt? Schaust du Videos auf einer deutschen Videoplattform oder doch auf YouTube? Amerikanische Unternehmen erzielen ihre Umsätze auf der ganzen Welt. Deshalb sehe ich einen Länderfokus auf die USA nicht als größeres Risiko an. Wenn es den Amerikanern schlecht geht, geht auch die deutsche Wirtschaft den Bach runter. Dieser iShares Core S&P 500 hier ist übrigens mein ETF-Favorit. Du kannst nicht genug Rendite haben? Dann gibt es noch eine Option, sie ist aber deutlich spekulativer. MSCI World und S&P 500 eignen sich auch für sehr defensive Anleger. Da kannst du dich entspannt zurücklehnen. Der NASDAQ 100 kann dich aber gut Nerven kosten. Er schwankt deutlich stärker im Kurs. Das muss dir klar sein und das musst du psychisch aushalten können. Wer diesen Nervenkrieg gemeistert hat, wurde seit 1985 mit 13% im Jahr belohnt. Der NASDAQ 100 setzt auf die 100 größten Nicht-Finanzunternehmen aus dem NASDAQ Composite. Dort stecken vor allem Tech-Aktien drin. Wer in der NASDAQ investiert, setzt auf die Tech-Trends der Zukunft. Du glaubst, dass zum Beispiel AI den Durchbruch schafft und unser Leben von Grund auf verändert. Genauso wie es das Internet getan hat. Ich halte das für sehr wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass wir wieder in Höhen zurückkehren und unser Essen selber jagen. Deshalb halte ich den NASDAQ 100 für ein langfristig süßes Investment. Du musst aber die Nerven dazu haben. Ich finde diesen iShares NASDAQ 100 ETF am besten. Was bringt dir die Mehrrendite ganz konkret? ETFs sind ein langfristiges Anlageprodukt. Du darfst auf gar keinen Fall nur 3 oder 5 Jahre investieren. Es sind alle diese Kursvorläufe und viele weitere möglich. Rein wissenschaftlich gleichen sich die Renditen aber langfristig immer den Mittelwert an. Das war historisch bisher so. Wer langfristig investiert, senkt also ein Risiko und betreibt seriöse Geldanlage. Kurzfristig sind ETFs nur Gezocke, weil niemand sagen kann, wie sich die Börse in einem Jahr entwickelt. Deshalb bin ich bei meinem Vergleich von 15 Jahren Anlagezeit ausgegangen. Es gibt keine Garantie, dass sich die Renditen der Vergangenheit wiederholen. Je länger du investierst, desto wahrscheinlicher ist es. First things first. Beim Geld und Kopfkissen kommen wir auf 18.000 Euro. Das ist nett, aber die Inflation lässt grüßen. Festgelten mit aktuell 5% beschert dir 26.595 Euro. Das klingt doch schon viel besser für eine krass defensive Geldanlage. So hohe Zinsen gibt es aktuell aber nur bei 324, über die wir bereits vorgesprochen haben. Außerdem sinken die Zinsen bereits wieder. Deshalb solltest du dir die hohen Zinsen sichern, solange es noch geht. Du kannst dort auch günstige Aktien und ETFs handeln. Ich manage dort alle meine Investments von einem Ort aus. Hier siehst du meine Aktien in der Punkt über 50.000 Euro. Wie gesagt, der Link ist unten im ersten Kommentar. Der MSCI Vault sollte mit 8% Rendite auf 33.994 Euro kommen. Der S&P 500 schnitt historisch bisher mit 10% im Jahr ab. Kann er das in den nächsten 15 Jahren wiederholen, winken dir 40.192 Euro. Und beim MSCI 100, der MTF für Tech-Fans, könnten mit 13% Rendite sogar 51.916 Euro drin sein. Du arbeitest an deinen ersten 100.000 Euro? Keine Sorge, ich habe es geschafft und auch du kannst es schaffen. Schau dir das Video neben mir an. Da erzähle ich dir meine besten Tipps und gebe dir eine konkrete Anleitung.